Es gibt kaum ein sensibleres Thema für einen Mann wie die eigene Potenz. Ein Mann, der seine Manneskraft verliert, steht vor einem riesen Dilemma. Denn er ist nun mal in vielen Situationen, die Spaß und Freude bringen sollen, extrem eingeschränkt. Wenn du wissen willst, wie du mehr Manneskraft gewinnst und du zu einer kraftvollen, energiegeladenen Sexualität findest, die dich und deine Partnerin beeindruckt, dann wird dir dieses Video einige Aha-Momente näher bringen und dir eine neue Welt eröffnen, die du bisher vielleicht noch gar nicht kanntest. Bleibe jetzt unbedingt dran. Wir Männer definieren uns über die Potenz. Dies biologische und emotionale Zusammenspiel zwischen unserem kleinen Freund und unserem Kopf entscheidet, ob wir uns gut, selbstsicher und potent fühlen oder ängstlich zurückgezogen und blockiert. Das beste Stück des Mannes hat einen entscheidenden Einfluss auf das Bild, das er von sich selbst und der Welt hat. Wenn dann die Verbindung zwischen Kopf und Glied aus irgendwelchen Gründen verstört ist, dann kommt die männliche Welt ins Wanken. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie die Welt wieder ins Gleichgewicht zurückkommt. Und jetzt will ich dir Anregungen geben, wie du die sexuelle Energie wieder fließen lassen kannst. An dieser Stelle musst du aber unbedingt wissen, dass du dein Glied nicht mit dem Willen steuern kannst. Denn ob und wie stark eine Erektion entsteht oder wie lange sie anhält, wird vor allem von deinem Unterbewusstsein bestimmt. Da sind die Denk- und die Glaubenssätze einprogrammiert, die deine sexuelle Energie fließen lassen oder eben blockieren. Wir wissen seit etwa 3500 Jahren schon, dass das Unbewusste seinen Besitzer beherrscht. Denn da ist ja die Evolution drin. Und der Wille deines kleinen Freundes folgt vor allem dem Willen deinem Unterbewusstsein. Und dies hat ganz eigene Gesetze und Regeln. Zu manchen Zeiten im Leben verstehen wir diese Regeln. Zu anderen Zeiten verstehen wir diese nicht. Und wenn jetzt das Unbewusste uns beherrscht, dann ist es doch logisch, auch auf dieser Ebene nach einer Lösung zu suchen. Die Macht dazu, die besitzen wir. Die ist da. Das bekommen wir hin. Aber das bringt uns ja leider niemand bei. Es gibt kein Schulfach, in dem wir lernen, mit unserem unbewussten Gefühlshirn umzugehen. Dieses Wissen wird uns vorenthalten. Es ist ja eher anerkannt, zu einem Arzt zu gehen, denn der weiß ja über mich besser Bescheid wie ich selber. Leider ein Weg, der uns davon abbringt, nach der Lösung für die Probleme in uns selbst zu suchen. Mehr auf uns zu vertrauen, auf die eigene Natur und auf die eigenen Selbstheilungskräfte, Geist, Gefühle und Sinne wahrnehmen, die Signale des Körpers verstehen, lernen und deuten lernen und daraus gesunde Schlüsse ziehen. Das kann die sexuelle Urkraft wieder entfalten. Das kann die sexuelle Urkraft wieder fließen lassen. So wird aus deinem kleinen Freund und seinen Reaktionen auch eine beherrschbare Größe. So kannst du mehr zu dir finden und zu deiner eigenen, wesensmäßigen Sexualität mit viel, viel Selbstvertrauen. Das kann sich dann positiv natürlich auf deine Potenz auswirken und dich zu einer kraftvollen und energiegeladenen Sexualität zurückbringen. Wenn du nicht weißt, wie du das anstellen sollst, weil es dir noch nie jemand gezeigt hat, dann hole dir direkt einen Termin bei mir oder meinen Experten oder teile das Video mit jemandem, der es gebrauchen kann. Wir freuen uns auf dich. Bis dann, dein Nils. Ciao.